Es fuhr nach Teufel aus von vielen, schrien und sprachen, Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Lukas 4, Vers 41 Der primitive Verstand denkt, Jesus hat gewiss den Kampf aufgenommen gegen Ungläubige und Andersgläubige, gegen Atheisten und Gottlose. Wer das denkt, irrt gewaltig. Jesus, der Sohn Gottes, ist wohl ein großer Kämpfer, aber er kämpft nie gegen Menschen, sondern immer um Menschen. Er kämpft um den Menschen, der in der Gewalt der dämonischen Mächte ist. Er kämpft um den Menschen, der in seinen Lügereien, Unkeuschheiten, Streitereien, Süchten und in seiner Geldgier ein williger Knecht des Teufels ist. Um solche Menschen kämpft der Sohn Gottes. Er kämpft, hoffentlich haben wir das begriffen, um uns. Um uns ging es, als der Sohn Gottes Mensch wurde und in Bethlehem geboren wurde. Um uns ging es, als er im Garten Gethsemane in großer Herzensnot rang. Um uns ging es, als er auf Golgothan das Kreuz genagelt wurde. Um uns ging es, als er von den Toten auferstand. Um uns ging es, als er den Heiligen Geist in die Welt sandte. Unser Text ist eine sehr hintergründige Geschichte. Es kommt uns da manches dunkel und unverständlich vor. Aber das müssen wir fassen. Um uns kämpft Jesus, um uns loszumachen von der Macht der Finsternis, damit wir freie Kinder des lebendigen Gottes werden. Sind wir denn nun ganz passiv bei der Sache? Oh nein, diese Leute kamen zu Jesus. Sie drängten sich um ihn. Sie riefen ihn an. Das können auch wir tun. Herr, wir sehnen uns nach der Freiheit, die du allein geben kannst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.